Noch eins. Du kriegst ein Autogramm auf deinem Gip, wenn du in der Woche anrufst. Chuck Norris und David Carradine in einem Kampf um Leben und Tod. McQuaid, der Wolf. Donnerstag, 23.10 Uhr. In der Danger Zone. Sauerei des Monats. Das gab's noch nie. Der Fujitsu Siemens Kaleo PC mit Intel Core 2 Duo Prozessor E4300. Und Microsoft Vista Home Premium für saubillige 599 Euro. Sau billig und noch viel mehr. Mediamarkt. Ich bin nur nicht blöd. Tag. Na, wollen Sie auch mal besser wohnen? Gewinnen Sie doch einen LBS-Bausparvertrag. So, mitmachen. Endlich. Weniger lesen. Mehr fernsehen. Da ist die Menschheit gewartet. Frau Geiter. Die kompromissloseste TV-Zeitschrift der Welt. Zwölf Seiten Entertainment und 112 Seiten ausführliches TV-Programm für 14 Tage. Mit allen Sendern im Direktvergleich. Plus große Sparten und Spielemauswahl. TV-Guide. Ich will nur fernsehen. Jetzt testen wir. Fakt 50 Cent. Wichtig. So cremig. Almigut von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Möchten Sie jemanden anrufen und nichts dafür zahlen? Dann wählen Sie einfach 0800 4141 vor der gewünschten Rufnummer. Und telefonieren Sie immer gratis, wenn der Angerufene zahlt. Auch aus allen Handynetzen und Telefonzellen erreichbar. Erz-Koll-Eich-Koll Herzlichst, Zypern. Die Insel für alle Jahreszeiten. Neu für Iglurmes. Das erste Fix aus der Tiefkühltruhe. Komplett ohne Geschmacksverstärker. Das einzige Fix nur aus raffinierten Gewürzen und tiefkühlfrischen Kräutern. Zum Beispiel für geschnetzeltes Jägerart. Sie brauchen nur noch Champignons, Fleisch und etwas Sahne. Man riecht den Unterschied, man sieht ihn und man schmeckt ihn. Und weil nur das neue Fix von Iglo tiefkühlfrische Kräuter hat, heißt es Iglo-Kräuterfix. Ohne Geschmacksverstärker. Für sechs Lieblingsgerichte. Sie kennen das leidige Thema. Die Altersvorsorge. Wenn Sie das Wort nur hören, kommt Ihnen schon das Grauen. Tatsächlich beschäftigen sich nur sehr wenige Menschen gerne mit dem Thema Altersvorsorge. Wir zum Beispiel. Wir finden es sehr spannend, denn wir haben sehr gute Möglichkeiten, Ihre Rente im Alter aufzubessern. 80% aller Bundesbürger können Ihr Geld betrachten, wenn sie nur die Rente hätten. Herzlich einladen, einen unserer 200 Fachvorsorge zu besuchen. Hier bekommen Sie die richtigen Aktionen. Mehr zu unseren Fachvorträgen erfahren Sie unter 080 5 100 418. Räumen Sie für sich das Thema Altersvorsorge endgültig vom Tisch. Wir helfen Ihnen gerne dabei. 080 5 100 418. Oder unter www.ierfachvortrag.de Das dänische Bettenlager feiert Geburtstag. Nur für kurze Zeit. Auf alle Markenmatratzen aus unserem aktuellen Päck. Jetzt 50% Rabatt. Nur für kurze Zeit. Solange Ort reicht. Schissbettenlager. Qualität sehr preiswert. Männer sind so ausdauernd. Männer sind so mittelsam. Mäler sind so gefühlvoll. FHM. Männer sind so jettelnd. JOSC. Neu aus der Genussmolkerei. Zottsahnjoghurt Erdbeer Panna Cotta. Mit feiner Panna Cotta und vollmundigen Erdbeeren. Für einen sahnig-fruchtigen Hochgenuss. Lassen Sie sich verwöhnen. Und genießen Sie jetzt Zottsahnjoghurt Erdbeer Panna Cotta. Nur für kurze Zeit. Erleben Sie Poker. Das spannendste Kartenspiel der Welt. Setzen. Bluffen. Und gewinnen. Bei uns sehen Sie den besten Poker-Profis der Welt. In die Karten. Und werden selbst zum Poker-Experten. Hier gewinnt nur das Poker-Face mit den stärksten Nerven. Poker. Jeden Mittwoch und Sonntag im Nightclub am späten Abend. Poker auf das Vierte wird Ihnen präsentiert von Free888.com. Also, ich wichse immer noch mit der Hand. Das Vierte. Wir sind Hollywood. Gesichter. Oh, Entschuldigung. Ich hab 30 Jahre lang Indiana gespielt. Und hab schon mal was her. Also, darum geht es. Während euer Erfolg den Hasen mit den bunten Eiern feiert, zeige ich euch meine größte Schätze. Seine Zeit, wo noch ein Pferd ein Mustang war. Es gab's Country Music und ein Stich zum Faden. Ach, die schönen Geschichten, das Volk von weißen Männern. Das Volk von weißen Männern. Das Volk von weißen Männern. Ach, die schönen Geschichten von Volk von weißen Männern. Tapferen Kämpfen von großen Mutern von weitem Land. Graf, Graf, das ist mir so frühstück. Und wo? Hier. Und das ist wieder nach Hollywood. Goyko Bittich. Wild East. Im Osten ist der Westen los. Acht meine schönsten Indianerfilme. 8. und 9. April. Der Fall ist geschlossen. Haben Sie schon getrunken? Ein... Einspruch. Stattgegeben. Einspruch. 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 Abgegeben. Einspruch. Ich bin verrückt. Einsprüche ohne Ende. Law and Order. Donnerstag nach dem Spielfilm. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von 01058, Ihrer Sparvorwahl mit der kostenlosen Tarifansage. Bitte mit Sana. Der neue Showtalk mit Paul Sana. Diesmal zu Gast der erfolgreiche Jungschauspieler Max von Thun. Zeigst du uns mal dein Lieblingstattoo? Das ist mein Jahrgang, der Name meiner Band. Lernen Sie Max von Thuns musikalische Seite kennen. Ich kann mir ein Leben ohne Musik allgemein nicht vorstellen. Seien Sie dabei. Ich freue mich auf Sie. Bitte mit Sana. Diesmal zu Gast Max von Thun. Mittwoch, 22.15 Uhr. Das Vierte. Wir sind Hollywood. Was ist das? Wir haben jetzt Premiere. Fluch der Karibik, da lief doch eben erst ein Kino. Wow! Wow! Mein Sehnsch, zwei! Und alles sieht wieder ganz gut aus. Na gut. Und Fußball ohne Ende. Und Formel 1 auch. Ich dachte, du wolltest kein Abo. Premiere gibt's jetzt auch ohne Abo. Genau, Premiere gibt's jetzt auch ohne Abo. Mit Premiere Flex. Premiere. Ostens Krankengeschichte war mittlerweile noch wichtiger geworden. Ich beschleun. Ich Bistole.